Adler wirft Anker. Goldeiche parkt Rittlings ein. Wo bist du? Psst! Obi. Praktiker. Du übrigens Praktiker, für meine Laubsäge arbeiten könntest du mir so ein 3,5 Liter... Kryptischer, kryptischer Wecker. Adler wirft Goldsäge. Der Seemann tankt im braunen Horst. Ich glaube, es reicht's. Ich glaube, es ist fast ein bisschen zu viel. Wir sind überlegt, wenn das Millionen machen würden. Was das für eine unglaubliche Arbeit wäre, das alles auszuwerten. Ja, diesen ganzen unsäglichen, hochkomplexen Datenschmarrn, den wir da produzieren. Also, Sie überwachen. Wir lachen. Weitermachen. Wir lachen. Amen. Wir lachen.